Hallihallo, ja liebe Leute, es geht nicht mehr lange, genau noch eine Woche, dann ist es so weit, dann startet die Gamescom 2015 und wir sind vor Ort und ja, mit wir meine ich die Killerganele, denen Mushroom und meine Wenigkeit zu dritt werden wir diesmal die Gamescom unsicher machen und das Ganze nicht alleine, also nicht nur wir drei, sondern auch die Gamescom. sondern auch eigentlich mit euch, wir haben es euch eigentlich versprochen, dass ihr ja uns auch dort vor Ort treffen könnt und das wollen wir auch, dass das passiert, sofern du gerade da draußen halt natürlich auf der Gamescom bist und auch uns treffen willst und wir möchten euch natürlich die Möglichkeit bieten, dass auch, ja, dass das klappt und dass das klappt, da haben wir uns jetzt mal eine Idee überlegt, wie das am besten funktionieren könnte und zwar am besten wäre es einfach, wenn ihr uns auf Facebook folgt, da werden wir einfach gerade am Donnerstag und am Freitag, wo wir auch vor Ort sein werden, auf unserer Facebook-Seite unsere aktuellen Positionen immer mal wieder durchgeben, auch wenn wir uns länger irgendwo aufhalten, wenn wir mal irgendwie kurz Pause irgendwie machen, mal ein bisschen was trinken, mal was essen, dann melden wir uns da und geben das mal kurz durch. Des Weiteren haben wir noch gedacht, bieten wir euch einfach die Möglichkeit, schreibt uns einfach auf unserer Facebook-Page, auf der Facebook-Page könnt ihr uns ja eine Nachricht schreiben, wir schauen auf unseren Handys immer wieder mal drauf, ob da eine neue Nachricht von einem von euch ist und da kann man sich auch speziell verabreden, da können wir auch ruhig ein paar Mal oder von mir aus ein, zwei Stunden über die Gamescom zusammenlaufen, wenn wir sowieso gerade dasselbe Ziel oder sowas haben und können plaudern und Spaß haben, das soll alles gar kein Problem sein, also da sind wir ganz, ganz offen. Ansonsten alternative Möglichkeit wäre natürlich auch noch, wenn der Zufall so will, dass ihr uns bzw. du uns zufällig auf der Gamescom siehst, ja, dann sprich uns einfach an, also da gar keine Angst haben, wir tun dir nichts, im Gegenteil, es freut uns sogar, wenn uns jemand anspricht, also da nur Mut und ja, sprech uns einfach an. So, jetzt denkt natürlich der eine oder andere, hm, scheiße, ich habe kein Facebook, wie schaffe ich das jetzt nur? Ja, da ist es ganz einfach, da am besten mal auf unsere E-Mail-Adresse eine Mail schreiben, auf diepixelhelden.gmail.com, einfach vielleicht mit dem Betreff Gamescom und da einfach mal schreiben, falls du groß Interesse hast, uns zu treffen, aber halt eben kein Facebook hast, dann schreibt da einfach mal, dann denke ich mal, werden wir eine Lösung finden. Ansonsten, mehr war es jetzt eigentlich gar nicht, wie gesagt, wir sind Donnerstag und Freitag vor Ort, die Leute, die Samstag und Sonntag da sind, da tut es mir leider leid, da sind wir leider nicht da dieses Jahr, wir sind nur Donnerstag, Freitag da, Mittwoch sind wir zwar auch noch da, aber Mittwoch, da ist halt Fach- und Pressebesuchertag, da werdet ihr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht am Start sein, deswegen Donnerstag und Freitag, da werden wir auf der Facebook-Seite unsere Position durchgeben und da habt ihr auch die Möglichkeit, uns wirklich mal in Real Life zu treffen und da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der Woche, endlich Gamescom, yeah, endlich. Ich freue mich riesig, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die ganzen Games, ich freue mich einfach überhaupt auf die ganze Szene, das ist immer ein ganz, ganz besonderes Event und ich hoffe, ihr seid da auch am Start. Also, das war es jetzt mit dem Infovideo, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, euer Ray.